Was beim letzten Mal nicht geklappt hat, würde ich jetzt mal gucken. Vielleicht packen wir mal die Eisenlanze mit dem Bumerang irgendwo rein. Gucken wir mal. Okay, geht auch nicht. Jetzt haben wir noch den Helm, den Templarschwert, den Käse, die magische Tierhaut vielleicht zusammen. Probieren. Okay, irgendwas kommt raus. Topflatten oder solche, keine Ahnung. Nein, ich bin falsch gelaufen. Jetzt habe ich die Konsequenzenkampf. Na, die geben auf jeden Fall Geld. Das macht es dann wenigstens noch erträglich. Die kriegen sie beide down, das ist ganz geil. Mega-Schwächung. Oh, hau doch ab, du Klunkerbeutel. So, du machst den, dann machen wir den mit dem ersten da. Da-da-da-dün. Jetzt schön tschüss. Lach dämlich. Ja, jetzt lachst du nicht mehr dämlich. Klunkerbeutel. Oh, ist das Labyrinth so verwirrend. Das mache ich aggro. Machen wir gleich hier den ersten sofort alles drauf. Dann haben wir einen schon mal weg. Top. Dann machen wir den gleich auch weg. Sind sie, Mann. Befördern wir uns ins Jenseits, indem du in die Sicht des Todes schwingst, okay? Ah. Kostete ihr auch Punkte? Das sollte man vielleicht sparen bei Jengis, auf jeden Fall. Oh, kein Kampf mehr, bitte, kein Kampf mehr, bitte, 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 bitte. Oh, was ist denn los mit dir? Dann kriegt halt der jetzt. Ich probiere ihn aus, den Sensenmann hier, bitteschön. So. Nicht verwirrt, aber schläft auch nicht. Spinnst du wohl? Ja, der zieht mir auch 20, aber ist klar. Oh. Sieht nach einer guten Tagke aus, aber die kann auch super nach hinten gehen. Ne, wir machen erst den Hund doch platt. Alles drauf. Okay, jetzt ist der Maulwurf dran. Probier doch einfach mal. Ja, danke. Also, shit, dass man da nicht direkt hingehen konnte. Warte mal, wir haben nur noch dieses Wasser, oder? Und sortieren sollte ich auch hier. Na, 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 na. Das kann hier bleiben. Das kann eigentlich auch hier bleiben. Dann machen wir gleich. Da auch hoffentlich noch was raus. Ne, zurück. Kleine Heilung. Kleine Heilung. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir da noch diese kleine Flasche haben, ja. Hier hoch, hier lang. Hallo, Kuh. Gibt es denn, wenn wir eine fette Gehder... Oh, Kleiner. Meins. Nummer zwei. Jessica. Die macht... Gehen auf die beiden. Und Angelo kann hier sich bei A mit vergnügen. Dass sie sich immer wieder konzentrieren müssen. Das ist eine scheiß Antacke. Ah, der Letzte, der sich konzentriert. Geht natürlich schlafen. Die ziehen mir einen Punkt ab. Wow. Musst du... Musst du beide da hin machen. Fertig. Vielleicht kriegen wir noch den ersten verwirrt. Und ich will einmal... Wo ist denn der Zeug? Ist da... Der Saussebraus. Vielleicht kriegen wir da was gerissen mit. Okay. So, das konzentrieren solltest du sein lassen. Das bringt dir eh nix. Der macht immer noch einen Schaden einschauen. Nein, hier. Bitteschön, tschüss. Und tschüss. Das war wirklich nix. Warte mal, 75... Ne, da wartet man ab. Dann kriegt er wenigstens, wenn er doppelt so viel Schaden erlitten hat. Können wir wenigstens eine Mittelheilung ansetzen. Warte mal. Ja, doch nur ein dahinter. Hab ich mich ja nicht verguckt. Aber dass ich mich da nicht hin teleportieren kann, geht das schon. Zumindest zur Höhle Eingang hinein. Brauchen wir ja nicht. Bipadabadabum. Bipadabadabum. Alles. Ah, hier bin ich schon runterge... Ah, das kann sein. Deswegen bin ich auch rausge... Wir fangen mal mit... euch am besten an. Da macht Jessica immer... Ah, warte mal. Stopp. Das hab ich gar nicht gesehen, dass der einzeln ist. Jessica bekommt den. Jessica macht gehen auf die Beine. Dann wollen sie hoffen, dass sie einschlafen. Und dann schlafen wir den auch mit Glätzer, die an. Ohu. Oh nein. Warum greifen die nicht so oft an? Einer schläft. Schläft dich, grinst du fies. Mist Ding. Oh. Vielleicht haben wir den. Hier. Und jetzt würde ich sagen, kein Zauber, sondern normalen Angriff. Da drauf. Bitte verwirr. Ah, nicht getroffen. Super. Grinst fies. Schläft noch. Zeug. Tot. Ist auf Cengiz. Jawoll. Zack. Der hat sich auch einen fiesen Angriff mit seinem komischen Abzug da hinten. Hier. Bitt schön. Kriegst du das auch noch drauf? Down. Küsschen. Verwirr doch einfach. Ah. Da nicht. So. 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 Und so. Reicht natürlich aus. Stirb. Wacht auf und kriegt direkt eine Sense ins Gesicht. So. Jetzt kriegt er nämlich eine Mittelheilung. So. Warte mal. Hier sind wir jetzt runtergefallen, ne? Da. Das darf. Das heißt, wenn ich das sehe, dann muss ich schon wieder weg. Okay. Gehen wir mal hier durch. Äh. Da ist ein Maub. Das heißt, wir gehen hier lang und gehen eine Etage runter. Okay. Wir müssen am besten immer tiefer irgendwo gehen. Da steht fest, äh. Ja, dann würde ich sagen, obwohl der schlimmer Fall, der geht noch hinten drauf. Das war jetzt ein Nachtmauer. Warum so viel Schaden noch? Ich schlafe. Ich grins nicht so. Verdammt. Einmal Mana verbrauchen. Ne. Kriegt er dennoch hier drauf. Obwohl, ich war auf den letzten, dann kriege ich glaube ich die erste wieder Schaden. So. Ne. Kein Mana verbrauchen. Aber einen einfachen Angriff. Okay, der ist schon mal down. Ach, kriegt doch der. Ne. Nicht Stoß, wie wir sind, sondern wieder Merkurstoß. Obwohl, kann ich jetzt mittlerweile den Donner auch umsonst nicht. Sonst. So. Okay, der ist schon mal platt. Was feint der denn? Ach so, der geht in Abwehrstellung. Deswegen. Hätte ja auch nicht viel herrscht, wenn ich jetzt... Boing. Na, hier gibt's das. Boah, Verzweiflungsschlag. Hallo? Oh, doch Zeit. Jetzt zieht er mir so viel Leben ab. Ich glaube, bei dem hat's... So. Oh, fertig. Aha, kann ich hier nicht benutzen. Geilo. Aber ich nehme dennoch den Vorder nochmal. Okay, äh... Damit der keine rufen kann, kommt der erstmal weg. Glück haben... Schlafen die beiden ein. Und somit schlafen wir den auch noch ein. Okay, der schläft schon mal. Das sollte... Ah, konzentriert sich natürlich. Bitte schlaft. Okay, zumindest der konzentrierte... Ja. Okay, der ist schon mal weg. Nein, der darf sich nicht konzentrieren. Das heißt, äh... Der... 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 Aber... Sollte jetzt eigentlich sterben, wenn er nicht ausweicht. Super. Okay. Okay. Och... The...